Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Table Tennis Gamer, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Minish Cap. Jo, ich hab, ehrlich zu sein, gar keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen, oder was hier überhaupt abgeht, weil ich schon, naja, ein bisschen länger nicht mehr gespielt hab. Wenn ich mich recht entsinne, dann müssen wir jetzt aber zu dem jungen Mann hier. Denn der pennt sich da wieder einen zurecht, und den müssen wir jetzt wach machen. Also, passt auf. Hey, Kollege, was geht? Bist du wieder wach? Oha, dieser Geruch, der durch und durch geht, der Duft eines Weckpilzes. Hast du mich geweckt? Danke, ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Alles klar, kannst direkt mir mal ein paar Schuhe machen. Nanu, was ist denn das? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Ja, das ist natürlich schon scheiß, wenn man so benebelt ist wie du. Das sind natürlich deine kleinen Minish. Du bist hier, weil du unbedingt Schuhe von mir haben willst, oder? Ich schenke dir diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind gleich fertig. Alles klar. Danke, Kollege. Er klopft dann nochmal auf den Pegasus-Stiefeln. Oh, yum, yum, yum. Das wäre fertig. So, bitteschön. Schlumpf-exklusive Pegasus-Stiefel. So leicht, dass du rennst wie der Wind. D-d-ding. Pegasus-Stiefel erhalten. Halte den Knopf gedrückt, um zu rennen wie der Wind. Ah, ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast. Alles klar. So, wie können wir denn? Halte den Knopf gedrückt. Ist ja verrückt. Was für ein Knopf? Ach, das ist ein separates Item, die Scheißschuhe, ne? Oh ja, das ist ein separates Item. Yehey! Alles klar. Wir haben nun die Pegasus-Stiefel ergattert. Was schon mal sehr nice ist, Leute. Denn nun können wir in den Sumpf. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich gerade nicht mehr so recht weiß, wo wir lang müssen. Ja, ich habe halt schon ein bisschen länger jetzt nicht mehr gespielt. Zelda muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen. Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Und habe jetzt deswegen nicht mehr so die Ahnung. Ich meine aber, dass wir hier lang müssen, wenn ich die abkür... Ja, sauber. Die Abkürzung ist noch drin. Alles klar. Dann können wir im Grunde sogar... Ich glaube, wir können die Baumstumpfe, die Dinger jetzt hier wegmachen, oder nicht? Oh, Glücksfragment. Ne, können wir nicht wegmachen. Yeah, Glücksfragmente halten. Alles klar, ja, ja, ja. Ne, die können wir immer noch nicht wegmachen. Was denn? Ne. Nun gut. Aber wir können jetzt auf jeden Fall hier im Sumpf rumrennen. Und das ist ja... Boah, mein Hals. Das ist ja schon mal das, was wir wollten. Ne, weil unser Problem war ja, wir sind hier irgendwie nicht rübergekommen. Und jetzt passt auf. Ui. Ganz easy. Sauber, oder? So geht das. Ich muss mal die Musik ein bisschen lauter. Oh, ich liebe die Musik. So. Alles klar, Link. Yeah, nice. So funktioniert das. Hier können wir hoch. So, und ich bin gespannt, was für ein Tempel das hier war. Denn, um ehrlich zu sein, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an dieses Gebiet hier erinnern. Also, überhaupt nicht. Oh, das ist aber ne... Ne, ähm, auf Dschungelmusik gemünzte... Ihr kennt's, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, fu, fu. Geh weg. Geh weg, Schlange. Okay, so, dann wollen wir mal sehen. Link. Hier für die Krüge. Hier für die Müge. Du bist der liebe Krügenman. Und ich bin gespannt, welches Item wir hier kriegen. Ich meine, jetzt in diesem Tempel kriegen wir nämlich die geilen Handschuhe, von denen ich schon... Naja, von denen ich schon gedacht habe, dass wir sie auf dem Berg bekommen. Da haben wir sie ja dann nicht bekommen. Schade eigentlich. Au, au, au. Komm her, geh weg. Ja, dankeschön. Boah, aber das Spiel... Ich liebe Zelda, Leute. Zelda ist so geil. Ich würde mir so gerne eins für die Wii U wünschen und zack. Oh mein Gott. Oh, oh, ein Wächter, der den Schatz beschützt. Sei vorsichtig. Oh mein Gott. Heftiger Wächter, Alter. Alter. Aua. Alter. Da ist ja mal ein heftiger Bursche, der Kollege. Was soll ich mit dem machen? Alter. Einfach kloppen. Ich kenne keine Technik. Ohne Scheiß, ich habe keine Technik gegen den. Was habe ich denn noch für scheiß Items? Hilft da vielleicht irgendwas mit dem? Gar nichts. Toll. Toll. Nix hilft. Vielleicht ein Schild? Ah ja. Ah, okay. Okay. Ganz oldschool mit Schild. Okay. Yeah. Warte. Ist das goldene Glücksfragment nicht das Fragment, was ich rechts bei dem... Oh, ah. Ich habe meine Hand gehauen. Doch, normal. Das ist doch das Glücksfragment, was ich brauche. Rechts bei dem... Ihr wisst, was ich meine. Bei der Wasserschleuse. Da war doch so ein Fragment, wenn ich mich recht entsinne. Oh ja. Ich glaube, das brauchen wir da. Ich bin mit dem... Aber jetzt noch nicht, oder? Nee. Jetzt soll ich da doch noch nicht hin. Ich muss ja erstmal hier ein bisschen was erledigen, bevor ich dann... Der Wasser-Ding ist. Ist das, glaube ich, der letzte... Der vorletzte Tempel? Der letzte? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so wenig Ahnung von dem Spiel, Leute. Also ich hatte mal ein bisschen mehr. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich es selber ja auch durchgespielt hatte als relativ kleiner Mann, kurz nachdem es rausgekommen ist. Aber seitdem habe ich keine Ahnung mehr von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das letzte Mal das Durchzocken ist echt schon zu lange her. Moment, war hier unten nicht noch irgendwas? Ah, okay. Kleine Abkürzung, die wir uns bauen können. Ja, das bringt wahrscheinlich nichts, ne? Nee, nee, nee. Da helfen die Schuhe nichts. Ist also nicht wie bei Yoshi, bei Mario Galaxy. Wenn er seine geile Frucht in sich reintunkt, dass der dann auf einmal so voll ausrastet. Das ist hier leider nicht der Fall. Oh, was ist das denn für einer? Eine höchst merkwürdige Steinstatue. Dieses Auge ist irgendwie unheimlich. Äh, durchaus. Aua. Puh. Ja, hä, 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 hä. Was soll ich damit machen? Ich will mich ärgern, Junge. Was soll ich mit dem Scheiß Auge? Das sieht aus wie ein Pfeil. What the fuck? Kann ich das nicht irgendwie... Ich habe kein Kraftarmband, ne? Ne, ich kann das... Kann ich nicht. Höh? Das verstehe ich nicht. Also für mich sieht das so aus, als wenn ich da mit dem Bogen reinschießen muss. Aber ich glaube, den Bogen gibt es hier gar nicht. Ich bin mir aber gerade auch relativ unsicher. Ja, ähm... Was heißt das nun für uns hier? Wo geht es denn hier noch lang? Habe ich irgendwas vergessen? Verpasst? Versehen? Ah, guck mal. Hier war ich noch nicht. Aber hier ist auch so einer. Was will der da? Ist der verrückt? Muss ich vielleicht... Ne. Das habe ich schon ausprobiert. Hä? What the fuck, Leute? Was macht der da? Du böse Steinstatue. Was ist los mit dir? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der macht, Leute. Der sieht aus für mich wie so ein komischer Ogre oder sowas. So, ist hier vielleicht irgendwas? Hallo, 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 hallo. Aber hier war ich... War ich hier schon? Ich glaube nicht. Ne, 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 ne. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. So, hier gibt es das. Das Item. Das kriege ich, glaube ich, im neuen Tempel. Bin ich mir aber auch relativ unsicher, ob ich das da bekomme. Dann muss ich ja irgendwo auf jeden Fall bekommen. Schon wieder so einer. Wie geht denn der weg? Den muss man doch in sein Auge schießen. Ah, guck mal, hier geht es weiter. Ach, ein Deko-Kerl. Deko. Yeah, nice. Okay, was hast du zu sagen? Ich würde dir ja Pfeile... Pfeile, wir kriegen doch einen Bogen. Aber du hast keinen Bogen. Fuck. Als nächstes... Okay, okay, wir haben keinen Bogen. Das ist natürlich höchst ärgerlich, dass wir keinen Bogen haben jetzt gerade. Denn den scheinen wir ja zu brauchen, so wie es aussieht. Das ist natürlich jetzt schon wirklich sehr ärgerlich auch, dass wir keinen Bogen haben. Wie kommen wir denn an den Bogen ran? Das weiß ich selber nicht. Wollen wir doch mal gucken. So, guck mal, hier könnten wir die Minish machen. Hier könnten wir aber auch... Ne, können wir nicht reinfallen. Ah, ist auch was für Minish. Okay, so, dann würde ich sagen, schauen wir uns die ganze Schose doch mal an. So, da sind wir klein. Und jetzt erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Ach so, mit meinem... Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Puh. Come on. So, Link. Auf geht's. Auf die Weiten. Ich fühle mich gerade wie bei One Piece, wenn ich ehrlich bin. So, wisst ihr... Oh mein Gott. Einer Blut ist im Weg. So, richtig geil wie bei One Piece einfach so. Wir sind gerade auf der Grand Line hier und rasten gerade voll aus. Sanji, wo ist was zu essen? Ich hab Hunger. Nami, wo bist du? So, komm. Aber die Musik hört sich auch so ein bisschen indisch irgendwie an, finde ich. Dö, 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 dö. So ein bisschen, ne, Busch, Busch. So richtig, richtig brasilianisch oder sowas. So, einmal da hoch. Okay, und was haben wir hier? Fahren wir runter. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Au, 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 au. Und was in der Truhe ist, Leute, erfahren wir im nächsten Part. Viel Funk. Viel Funk fürs Shootgucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.